Hier sind wir zu einem Geldplay mal wieder die Begrüßung ist so langsam langsam ja langsam ist ja auch langweilig und aber trotzdem altbewährt und deswegen sage ich sie auch immer hallo du hallo du Janiklas so wir spielen jetzt mal wieder ein bisschen Team Fortress und ja ich warte dass meine Gegner kommen damit ich sie ausschalten kann wo kämpfst du denn bist du das da bist du Piro ja natürlich heute spiel ich Piro ich habe davor ja schon so viel gespielt also andere Klassen jetzt komm mal der Piro hallo ich stehe hinter dir ja der Mann mit dem Handschuh auf dem Kopf das bist du und ich bin so blöd und voll runter okay also wo sind unsere Gegner das solltest du gut wissen besser wissen als ich oder du weißt schon dass du mein Gegner bist ne ach so ich bin doch rot du bist blau ha 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 die Zeit auch mann ich bin aber es ist sich ich hab gedacht dass sie zu gesteckt oder so okay wo sind jetzt die Gegner das war für euch völlig richtig völlig Verlust ich hab es gedacht achten scheiß jetzt aber nicht gezeigt nein ähm ich habe dann hätte ich musste für dich ein Netz für nichts machen die ich hab's gecheckt klar ist gecheckt. So, ähm... Ich muss mir noch was erzählen, irgendwas Wichtiges, irgendwas... Ah ja, das ist dieselbe Map wie... Wir das Baden-Tutorial gemacht haben, ja genau. Der dritte, letzte Tutorial-Part. Genau, mit dem Engineer-Zeug da. Müsste dir das eigentlich... Oh yeah! Bekannt! Der Pyro ist echt cool, muss man sagen. Der Pyro ist echt cool, sag ich nur. Der Pyro ist... Au! Wer hat mich da jetzt erschossen? Ach, nicht erschossen, sondern angeschossen. Ratte! Ja! Ach, das bist du, ne? Ja, hi! Ja, er geht... Ja, ich hab ihn noch gekriegt. Ich hab ihn noch gekriegt. Aber warum? Ich hab mal eine Frage, warum ist der nicht Daumen? Ich hab so lange auf den drauf gehauen, das kann ja nicht sein. Also entweder hast du voll gefailt als Aiming, oder... Ach, sei doch ruhig, Mann. Das war auf Aiming-Folge failed. Hallo, weißt du mit wem du hier redest, alter Scherz? War ein Witz, war ein Witz. Was denken die Leute sonst hier von mir, wie eingebildet ich wär? Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Neee! Warum? Das war schade. Der wär fast da umgegangen. Das ist immer so bei diesem Pyro. Man muss halt nah ran, und das ist das Problem, find ich. Aber welchen? Beim Pyro ist man nah dran. Ja, ja, ja. Aber ich hab da grad einen Sniper... Ja! Ich hab einen... Er fliegt immer wieder hoch. Oh, oh, oh. Da vorne sind Leute. Oh, bist du das? Wenn ja, dann lass uns mal ein bisschen Briefing machen. Ja, das bist du. Oh ja, und du wurdest grad gepawnt. Ja, schon wieder. Und ich hab wieder keinen Daumen kriegt. Das ist schlimm beim Pyro. Der hat doch noch eine andere Waffe. Die werd ich jetzt ausprobieren. Der Pyro, der hat doch noch, ähm... Die Spatgarten und die Axt. Ah, die Axt. Die wird mir jetzt das Leben retten. Ich folge mich wie bei der Feuerwehr hier. Ah, ein Spion. Okay. Aber ich glaub, es wär besser, wenn ich nicht die Axt nehme. Weil die Axt ist ja nicht so effektiv, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaub, mit zwei Schlägen kannst du sogar einen Startdown machen. Also, äh, wenn... Ja, wenn man rankommt, ne? Wenn man rankommt. Wenn du hinterher stehst, würde ich die, äh, Chance mal ergreifen. Dann kannst du ihn nämlich schon verspotten. Ja, das Problem ist, wenn man rankommt. Und ich verbarrikadiere mich jetzt hier in der Ecke. Und bin hinterhältig und komme von hinten. Ja, hinterher. Oh, schon wieder nicht. Haha, fast. Sampi hat... Sampi oder Sampi hatte ich wohl... Ja, ich hab drei. Ich hatte noch drei Happy. Das war... Das ist mein Verteidigung. Ich wollte grad schon sagen, der kann ich doch gar nicht gepornt haben. Was für Niveau, ey. Drei HP, sag ich nur. Haha. Oh, schade. Da-da-da-da-da-da. Bist du das? Jo, hi, was geht's? Jo, hi, Junge, du bist jetzt weg. Und ne, ich bin weg. Oh, ich weckse die Klasse. Ich hab kein Bock mehr. Pfff. Schon wieder nicht das Team wechseln. Jetzt gehen wir zu... Der Demoman. Oh, ja, da bist du jetzt weg. Ja, da gebe ich dir kurz einen Tipp zum Pyro. Hm, I don't. Wir haben gewonnen. Team Red gewinnt. Super. Toll. Ich renne da mal schnell weg. Hoho, wie doof ist denn das? Von Bayern München getötet. Was für eine Erniedrung. Erniedrigung. So, toll, ne? Leute, jetzt hier geht's wieder los. Ich bin jetzt auch Team Rot. Ich bin aber auf Team Blau. Okay. Gut so. Ey, komm doch ins Team Blau. Du kannst grad nämlich rein. Nächstes LP. Nächstes, äh, nächster Gameplay. Nächster Gameplay-Part jetzt. Weil das dauert sonst wieder. Okay. Oder warte. Eigentlich könnte ich ja doch jetzt ins Blau Team gehen. Demoman werden. Und... Oh, ja, der Demoman. Wo ist er denn? Ähm... Noch nicht, weil er noch nicht Restorm-Born wird. Jetzt gleich aber hoffentlich. Restorm-Born. 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 Ah, da ist er. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Daneben. Hier. Hinter dir. Also hinter mir ist da. Und da steht keiner. Da. Da. Ja, aber es ist auch besser für mich, wenn wir was gehabt nehmen. Da. Ähm... Hier. Verdammt. Äh, ich will nicht dauernd auf die Pusche Talks zurück. Ja. Und du hast... So, ja. Und das Sound ist nicht drin. So, jetzt also. Noch neun Sekunden, dann können wir raus aus dem Knast, aus dem Gitterknast. Ja, äh, noch kurz zum Pyro. Äh... Ach, das gibt mir Damage. Wusste ich gar nicht. Oh, das Gesicht. Wo bist du denn jetzt überhaupt hin? Oh, ich bin noch zu hingegangen, weil ich sonst fest dauernd gegangen wäre. Komm mal da. Komm mal da, genau. Jetzt gehen wir zusammen raus, okay? Und los, jetzt. Schießen, schießen, schießen. Einfach nur drauf fallern. Ich bin der Fall hier. Und das bringt nix. Ja, man. Sie warten alle auf uns. So sieht's aus. Ah, ich hab nach voll geleckt. Das gibt's doch nicht. Ich hab geleckt. Nein. Und das war's schon wieder mit mir. Aber das ist ja nix neues. Ah, ich hab schon einen. Einen hab ich erwischt anscheinend. Einen hab ich erwischt. Das ist ja schon mal... Ich bin auch respawnt. Ich bin grad respawnt. Wo bist du? Ich bin wieder am spawnen. Da, komm. Warte, ich geh... Oh, warte. Ah, du bist auf dem Moment. Warte, ich geh kurz hier. So, da. Okay, los geht's. Okay, du bist Medicana. Medicana. Hm. Medicana. So nennt man diese Leute. Auf Kulisch. Auf Kulisch. Auf Kulisch. Hau ihn die... Piep ein. Ja, ich hust heute sehr viel. Der husten ist Hust-Tutorial. Der husten ist Hust-Tutorial. Noch schlimmer als sonst. Auf W... War ein Witz. War ein Witz. Ein ganz böser Witz. Sonst machst du immer so witzige Witze. Ich sag nur, ähm... Halfleucht 2, Part 42. Ja, Part 44, aber sonst stimmt's. Aber auf jeden Fall war die 10er-Zahl schon mal richtig. Die war richtig. Aber gleich, lass mal weggehen, lass mal abbauen. Ah, scheiße, ich kann. So, geh weiter. Ich bin noch am Leben. Geh nach hin. Lass uns erst mal abbauen. Ich brauch leben. Okay, nach hin, nach hin, nach hin. Okay, so. Jetzt hier, wir... Nehmen mal schnell, schnell ein. Warte, so. Ah, ich muss... Ein Spion nehmen. Oh, das war gut. Gib zu, kommt. Ich heil dich, ich heil dich, ich heil dich. Bist du das? Dankeschön. Ach ja, das bist du ja. So, jetzt einfach immer schön die Ecke da reinhauen, dann geht es schon, dann kommen sie gerne jetzt raus. Hier haben wir auch einen Explode-Range. So, jetzt, sehr gut, jetzt haben wir eingenommen. Und das Schöne an Let's Plays ist ja, dass man selbst, äh, so Parts rausschnellt, äh, nicht Parts rausschnellt, wo man irgendwas falsch macht. Das finde ich so... Ja, sonst wäre das LP ja auch kein LP. Vor allem... Ah, aufpassen mit uns, hinter uns, hinter uns, da, der Sniper, 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 Sniper. Wah, hilft mir doch. Ja, ich suche ihn, aber er ist weg. Er ist heavy. Heavy hat uns gehavied, er hat uns gerettet. Heavy weapons guy. I am heavy weapons guy. Wo? Ja, du, ich lauf mir mal vor, wo sollen wir hin? Ich hab keine Ahnung. Hm, dort, dort rein. Bei B. Da, wo das B ist. Ne. Okay. Ich hab meine Frage, diese kleinen, wir gehen... Ach, ja, jetzt. Hier, lieber. Okay, jetzt weißt du, wie die funktionieren. Du musst, also man schießt... Das hab ich jetzt auch schon im Tutorial erklärt. Ja, man kann sich auch nicht alles merken, ne? Stimmt, ist ja länger her. Genau. Aber egal, es geht ja gleich wieder vorbei. Man kann sich auch nicht alles merken. Komm, 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 komm. Tod. Hauptsache, das ist Sentry Gun. Er rennt auch noch rein. Ah, aber ich hatte einen Kill, diese Runde. Oh, die hab ich nicht gesehen. Dankeschön. Die Sentry Gun war irgendwie nicht in meinem Blickfeld. Also lustig sind hier auch die Spielernamen. Herr Doktor. Jemand namens Roger is my penis name hat uns grad getötet. Also das finde ich ja schon immer glücklich. Ja, es gibt Herr Doktor. Der Herr Doktor, der ist auch ganz schlimm. Also von dem hab ich Respekt vor dem Herrn Doktor. Ja. Wieso nennst du dich nicht Doktor Infinity? Doktor Infinity. Doktor Infinity. Doktor... Wollen Sie krank werden, gehen Sie auf unseren Channel. Auf Doktor Infinity. Ja. Augenkrebs. Wollen Sie Augenkrebs, gehen Sie bitte auf unseren Channel. Dankeschön. Wie ist es möglich. So gut. Und schon wieder. Ich weiß nicht. Oh, ein Headdy vom Snipey. Das ist mein Problem, weil ich bleib stehen und das ist ein Problem. Eindeutig. Ja, das will ich auch sagen. So, noch eine Runde kriegen wir hin. Ich bin jetzt Scout, ich stehe vor dir und ich mache den jetzt. Und jetzt gluck, gluck, gluck. Oh, 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 oh. Wir müssen aufhören, wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören. Der Timer sagt, es ist zu Ende. Okay, dann Ende. Ende. Werbung Ende. Ciao, Leute. Redaktion. Wir müssen aufhören Hola. Wir müssen uns mit